Hallo und herzlich willkommen. Wir haben von Silentium PC zwar schon einige Kühllösungen testen können, Gehäuse hatten wir bisher aber nicht. Das soll sich jetzt ändern und zwar mit dem Modell mit dem längsten Namen, aber auch mit einem besonders spannenden RGB-Modell. Die Rede ist vom Astrom AT6VEVO TGA RGB. Ein Gehäuse, das vor allem dadurch schon mal aufgefallen ist, dass wir hier eine spezielle Sternenhimmel-Optik im Frontbereich haben. Das Astrom hat definitiv eine ganz eigene Frontgestaltung. Man kann natürlich bei sowas dann immer so gespaltener Meinung sein, das entweder schön oder abgrundtief hässlich finden, aber es ist definitiv einfach mal was Eigenständiges. Von der Umsetzung her eigentlich recht einfach, aber in der Art und Weise hat es meines ist noch kein anderer Hersteller gemacht. Wir haben hier erstmal ein schwarzes Kunststoffgitter mit einem Staubfilter dahinter und an den Kontaktpunkten dieser einzelnen Kunststoffstreben sitzen immer so metallisch glänzende Flächen, die dann eben diesen Sterneffekt abgeben. Und es ist eben, ja, es ist nicht einfach weiß oder hellgestalt, sondern es ist wirklich so metallisch glänzend. Wir haben hier also dann auch je nach Lichteinfahr, dass da noch so ein bisschen unterschiedlich wirken. Das fällt definitiv ins Auge. Noch mehr ins Auge wird dann die ARGB-Beleuchtung fallen. Zeigen wir dann wie immer zum Ende des Videos hin. Silenzium PC verbaut hier nämlich gleich vier 120 mm ARGB-Lüfter, drei davon hinter der Front, ein hinten am Heck. Und das Ganze wird wirklich richtig intensiv beleuchtet. Dazu gibt es dann sogar noch eine Besonderheit. Und zwar strahlt hier von der Seite her ja auch eine LED-Beleuchtung in das Window hinein. Wir sehen, dass das Window hier so ein bisschen spezieller gestaltet ist, nämlich so, dass das Licht dann durch das Glas durch an den Rand rein strahlt, um wir dann eben rings um das Fenster auch noch so eine gewisse Beleuchtungswirkung haben werden. Gesteuert wird dieses RGB-Feuerwerk entweder über ein geeignetes Mainboard mit freiem ARGB-Anschluss oder aber über die LED-Taste hier im Deckel. Da kann man eine ganze Reihe von Effekten durchhalten, also so vielen, dass man auch richtig gut damit zu tun hat, die dann alle eben durchzubekommen. Es gibt ansonsten zwei weitere Tasten und zwar ist das natürlich die große Power-Taste und dann ganz klein gehalten die Reset-Taste. Das stellt sicher, dass man die wirklich nur dann drücken dürfte, wenn man sie auch wirklich drücken will. Lobenswert auch die Anschlussbestückung. Natürlich zweimal USB Typ A, ganz klassisch, die beiden Audiobuchsen auch ganz klassisch vorhanden und es gibt aber auch bereits einmal USB 3.1 Typ C. Staubschutz im Frontbereich hat man ja schon gezeigt mit dem integrierten Staubfilter. Im Deckel haben wir hier ein magnetisches Staubgitter, das sich entsprechend einfach abnehmen lässt und dann den Blick auf zwei optionale Lüfterplätze freigibt. Wir können hier zwei 140er oder 120er oder 140er montieren und wir haben auch die Option, dort einen Dual-Radiator reinzusetzen. Das ist der zweitgrößte Radiatorenplatz, dann praktisch im Frontbereich ist nämlich maximal sogar ein 360er möglich. Hecklüfter maximal im 120er Format, so wie es hier auch vormontiert ist. Da ist das Gehäuse dann müh zu schmal, um den 140er noch reinzubringen. Und ja, im Bodenbereich sehen wir dann eine Staubfilterlösung, die ganz analog eigentlich zum Deckel ausfällt. Also auch wieder ein Staubgitter und darunter dann im Prinzip einfach der Lufteinlass fürs Netzteil. Was wir hier schon erahnen können, ist, dass es keinen klassischen Festplatten- oder Laufwerkskäfig gibt. Stattdessen kann man hier unter anderem am Boden ein Laufwerk eben direkt am Boden montieren. Ist eine etwas einfachere Lösung, hat aber den Vorteil, dass man gleich die Flexibilität hat, hier das gesamte Areal auch für das Netzteil zu nutzen, ohne erst irgendein Käfig ausbauen zu müssen. Wir haben zum Teil schon Montagelösungen für Glasseitenteile gesehen, die ja praktisch unsichtbar sind. Silenzium PC setzt stattdessen noch hier auf diese klassischen Rändelschrauben, die einfach durchs Glas durchgeschraubt werden und das dann entsprechend von der Seite fixieren. Beim Stahlseitenteil haben wir ja Rändelschrauben zum kompletten Rausschrauben, also keine gefangenen Rändelschrauben und die werden natürlich dann hier an der Rückwand reingeschraubt. Innenraum zeigt sich eigentlich so, wie man es aktuell erwartet. Das heißt, wir haben den Zweikammeraufbau mit einem abgetrennten Bereich für das Netzteil und für den Laufwerksplatz am Boden. Und wir haben eben die Mainboardkammer mit viel Platz für lange Grafikkarten, auch respektablen Platz für Kühler, also für Towerkühler speziell. Und das Ganze dann auch insgesamt recht geräumig gestaltet, vor allem wenn man mal da unter den Deckel schaut, da bleiben dann doch immer ein paar Zentimeter Abstand zwischen Deckel und Mainboard. Einen Laufwerksplatz hatten wir ja schon benannt, das ist der am Boden, ein zweiten und zwar ebenfalls kombinierten zweieinhalb und dreieinhalb Zoll Laufwerksplatz. Gibt es direkt auf der Netzteilabdeckung, heißt wir können da eine Festplatte oder SSD eben mit der Abdeckung verschrauben. Die Abdeckung selbst ist ja über die gesamte Länge perforiert, ideal also auch wenn man passiv gekühlte Netzteile nutzt und wir haben ja auch eine praktische Kabeldurchführung, um das Grafikkartenkabel oder die Grafikkartenstromkabel dann nach oben zu verlegen. Was schließlich hier nicht fehlen darf, ist natürlich die Aussparung im Frontbereich. Die macht dann die Montage des 360 mm Radiators überhaupt erst möglich. Schließlich gibt es auch noch zwei reine zweieinhalb Zoll Laufwerksplätze und zwar hinter dem Mainboard Tray. Einen haben wir in Nutzung, der andere befindet sich direkt darüber und gelöst wird das Ganze praktisch so, dass man hier Gummipuffer an seiner SSD montiert und das dann einfach hier in diese entsprechenden Aussparungen drückt. Ein bisschen störend dabei ist die Position dieser Laufwerksplätze. Wir haben nämlich sozusagen den Hauptkabelkanal direkt daneben und da muss man ein bisschen gucken, dass man mit den Anschlüssen da noch durchkommt. Der Kabelkanal ist ansonsten eigentlich ganz praktisch gestaltet. Wir haben hier nämlich drei Klettverschlüsse übereinander, können also die Kabel dann auch schön zusammenfassen. Dass Silenzium PC diese zusätzlichen Laufwerksplätze nicht einfach unterhalb des CPU-Sockes platziert hat, wie das ja bei vielen Gehäusen eigentlich der Standard ist, liegt einfach daran, dass dort schon eine andere Komponente sitzt. Und zwar diese schwarze Kunststoffbox, die zum einen zur RGB-Steuerung dient, zum anderen aber auch als Lüfterverteiler genutzt wird. Wir haben hier werkseitig erstmal die vier Gehäuselüfter angeschlossen, könnten oben aber noch zwei weitere Lüfter mit 3-Pin-Anschluss dann ebenfalls anbinden. Auch unten ist das schon ganz ordentlich vorverkabelt. Insgesamt fünf RGB-Produkte hängen hier bereits dran. Nur ein Anschluss wäre noch frei. Dass es fünf sind, kommt einfach daher, dass wir hier die vier Lüfter haben, plus diese Beleuchtung für das Glasseitenteil. Mit der Stromversorgung ist es so gelöst, dass es hier einen SATA-Stromstecker gibt, den man seitlich reindrücken muss. Auch da ist es halt so, dass wir wieder in dem Bereich vom Kabelkanal sozusagen sind und dass das da auch mit ein bisschen Hin- und Herdrücken verbunden ist. Zum Glück ist der Abstand zwischen Tray und Seitenteil aber halbwegs passabel. Man hat also dann immerhin noch eine Chance, das Seitenteil auch wieder zuzubekommen. Wenn wir uns dann den Mainboard-Tray nochmal abschließend ansehen, dann haben wir hier oben eine ordentliche Aussparung, um unseren CPU-Kühler montieren zu können. Und wir haben auch, ja, ordentlich Durchführung für das Kabelmanagement seitlich und auch oberhalb hier vom Tray. Und das Ganze dann auch mit diesen Gummi-Ummantelungen, so dass das optisch also auch richtig gefällig daherkommt. Mit seiner Sternenfront ist das Astrum ja ohnehin schon recht auffällig, aber wie versprochen, die RGB-Beleuchtung toppt das Ganze dann nochmal. Wir haben diese drei Frontlüfter, die hier auch durch das Gitter richtig schön zur Geltung kommen können. Wir sehen auch den Hecklüfter durch das, ja, wenn überhaupt dann nur wenig getönte Glasseitenteil gut. Und wir haben zusätzlich auch noch diese leicht leuchtenden Glaskanten, wobei das dann eher, ja, so ein bisschen dezenter ausfällt. Also die Lüfter sind hier ganz klar der hellste Teil am Beleuchtungssystem. Silencium PC, wie gesagt, hat uns hier erstmalig ein Gehäuse-Test-Sample geschickt. Und ich muss sagen, okay, der Produktname ist erstmal ein bisschen, ja, anstrengend. Da würde man sich dann doch ein bisschen einen griffigeren Namen wünschen. Aber als Produkt ist das Astromati 6V Evo TGA RGB durchaus recht stimmig. Preisbereich sind so rund 95 Euro aktuell. Da gibt es natürlich günstigere Einsteiger-RGB-Gehäuse. Die haben dann aber in der Regel auch, ja, mehr Schwächen, beziehungsweise da sind einfach Sparmaßnahmen deutlicher. Das heißt zum Beispiel, dass man dann oft eben diese Einweg-Slot-Blenden hat. Hier gibt es einfach normale Slot-Blenden, die man immer wieder verwenden kann. Wir haben hier auch sinnvolle Maße. Natürlich den Zwei-Kammer-Aufbau mit ordentlich Platz für lange Grafikkarten und auch genug Platz für die meisten Tower-Kühler. Wir haben auch bei der Kühlung eine gewisse Flexibilität, können in den meisten Stellen 120er und 140er Lüfter verbauen, beziehungsweise haben auch eben ordentliche Möglichkeiten für die Radiatoren. Und wir haben, was bei günstigen Gehäusen eigentlich dann ganz untypisch wäre, eben auch USB-Typ C im I.O.-Panel. Dazu, ja, finde ich auch das Beleuchtungssystem wirklich ziemlich stimmig. Wir haben hier relativ flüssige Effekte drin und eine ordentliche Leuchtintensität. Und eben natürlich generell auch diese Vollbestückung gleich mit den vier ARGB-Lüftern. Was wir für den Test noch klären wollen, das ist, wie der Lüfterverteiler genau funktioniert. Heißt, können wir diese vier Lüfter damit auch wirklich ordentlich steuern und wie leise werden die dann? Das lassen wir natürlich noch offen und auch die Fragen nach Kühlleistung, Messwerten klären wir dann natürlich im Test. Aber ich denke, für den ersten Eindruck, gerade von der Beleuchtung hier, sollte das Video hier schon mal ganz hilfreich sein. Wie gesagt, ausführlicher Test wird dann zeitnah erscheinen und zwar natürlich wie gewohnt auf hardwarelux.de. Wie gesagt, ausführlicher Test wird das Video hier. Wie gesagt, ausführlicher Test wird das Video hier.